Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Grow Song of the Abitry So, Ebenen Distrikt, was ist heute passiert? Interdimensionaler Tag des Lächelns Geht es ums Lächeln, darum Leute zum Lächeln zu bringen Geh ein paar Leute glücklich machen, ja, schauen wir mal So, 32% haben wir dann da schon, aber wir wollen zum Ähm, hier, Ebenen Distrikt Geh mal hier rein und zwar haben wir ja hier den Richtig, da haben wir ja den Friseur gebaut, da ist er Da ist das Friseur, da müssen wir hin Da geh mal hin, das wird prima, da geh mal rein und dann Okay, Haare, Werte, Mustache, kaufen So Wir haben einen und hier gibt es auch noch, oh Regenbogenfarben und haste, oh Gott Oh meine Güte Da haben wir noch einen Miura gefunden und Okay, ausverkauft, müssen wir wieder einen Tag warten Ah, hier ist auch noch eins versteckt Okay, hier, das ist kaufen, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, müssen wir nicht einmal hinaus Aber wir können hier, schaut mal, hahaha Was, uff da, hier, Tabulator Dahin Und wir brauchen Marke Schnelle Expansion, umweltfreundlich Okay, wir könnten Wir nehmen schnelle Expansion Wir packen umweltfreundlich noch mit rein Wir nehmen Dachdekoration Und zwar nehmen wir die Mustache Wir nehmen hier, ja, wir machen das einfach So, es gibt keine Dekoration für vorne So, Dachfarbe Dachfarbe, wir nehmen Was passt denn zu einem Friseur? Das nicht Hier, der sieht cool aus Den nehmen wir Der gefällt mir, Sockelfarbe Nehmen wir Nehmen wir Grün Und Wandfarbe Nehmen wir Datter Oder? Oder das, nee, das nicht Das ist zu dunkel Wir nehmen hier auch nochmal den Inselfarbverlauf Zack Hau rein Passt Läuft Hier drauf haben wir noch jemanden, der das möchte Das ist ein Kreativitätsgebäude Hier ist niemand kreativ genug Aber sowas von überhaupt nicht Keiner Oh, die arbeitet im Stadtgarten Aber die würde gerne, ne? Ich würde sagen, hier, du kommst da rein Das passt Dann brauchen wir die Für die Stadtgärten brauchen wir dann neue Leute Hier, da ist ein Stadtgarten Der möchte auch Und, ah, schau mal Da möchte jemand im Stadtgarten arbeiten Passt Hau rein Jawohl Da kriegen wir auch Direkt, ne? Das ist Das ist ja top Wenn wir jetzt hier hingehen Was können wir denn da alles? Marke Für Verstärkung gesucht Sockelfarbe Wandfarbe Dachfarbe Aha Ja, können wir mal so Dann können wir Wandfarbe Können wir hier in diesem In diesem Waldding machen Und Sockelfarbe können wir Papaya Da, das sieht so ein bisschen braun aus Das hat was Kann man machen Läuft Schön Sehr gut Okay Dann, äh, müssen wir weiter Denn wir müssen ja zu Arthur Wir müssen zu Arthur Wir müssen nämlich dem Arthur Müssen wir nämlich hier, ähm Wisst ihr schon? Wir müssen dem Arthur endlich jetzt Nach ungefähr 500 Folgen Seinen Mustache geben Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass wir, ne? Dass das jetzt auch hier richtig funktioniert Und so Das sind mal Balken Yeah Läuft Hier rum Hier rüber Hier durch Hier nach Oben Hier Wiesenquartiere Yeah Der Bonbonladen Läuft Hier weiter Hier vor Wo ist der Arthur? Da ist der Arthur Der Arthur hat ein grünes Symbol Arthur, hier Du hast sehr lange warten müssen Aber ich gebe dir einen Schnauzbart Was für ein beeindruckender Schnauzer Da kitzelt es mich doch gleich Was, wenn du dich erinnerst Auch genauso gewollt war Gute Arbeit Zeig dich Gott Arthur Ich will nichts sagen Aber siehst du Siehst du gut aus Mensch Junge Ja 2 Hexenhut Haben wir jetzt Leidungsstück selten Okay Haben wir hier noch? Nein, haben wir nicht Okay Wow Sehr gut Dann würde ich sagen Damit wir das einfach mal Einfach mal Damit wir das mal gemacht haben Was willst du denn? Evelyn Reisegruppe Gasthaus Haben wir schon Geht nicht Ist leider schon voll Tut mir leid Tut mir leid Evelyn So Dann gehen wir mal da nach oben Und versuchen mal Marken einzulösen Oh Oh Da gibt es auch immer wieder mal was Was ist das? Okay 50 Tickets 15 Tickets 20 Tickets Mhm Okay Schmalzlocke für 20 Alchemistische Batterie für 2 Eins verbleibend Läuft Danke Wir haben an einem Event teilgenommen Hurra So Zweimal auf Stadt Einmal hier In einem Festlichkeiten Teil Haben wir gemacht Eventtage sind perfekt dafür geeignet Mit der Welt um dich herum Kontakt zu treten Außerdem gibt es Immer ein paar ziemlich coole Belohnungen Ja Wie blaue Tapete Wow Hammermäßig Und Da Weiterhin Das auch nochmal eins Shoppen bis zum Umfallen 20 Gegenstände kaufen Neues Ein paar Hosen oder neue Pflanzen Egal was du kaufst Shoppen ist der Schlüssel um die Welt freizuschalten Und vielleicht auch ein paar Schatzkisten Ah okay Da gibt es 150 Millionen für Schön Bin mir sicher wir haben mehr ausgegeben Und Blaupausen Yeah Was gibt es? Tierchen Center Blaupause Oh Bietet Service und Accessoires Für Tierchen an Für die Kleinen Dinge im Leben Auf die es ankommt Tierchen Center Wow Wow Hammer Was fehlt uns Was fehlt uns jetzt eigentlich noch Das Badehaus Und fürs Badehaus Brauchen wir noch 15 Holz Die wir sammeln Jo Wisst ihr was Ich würde sagen Dann Äh Holen wir uns Packen wir uns hier mal die Rosy kurz ein Denn wir haben ja hier unsere Ähm Unsere Naturschutzgebiete Auf denen natürlich noch Kisten zu Äh Ergattern sind Schau mal hier hin Ich glaube da kriegen wir nämlich auch immer wieder mal Holz Zack Tropfen Schön Fliegen Samen Tropfen Gestein Eichelfülle Okay Sehr schön Also da jetzt nicht Dann die Rosy Gleich nochmal Gleich Hier Rosy Läuft Zack Und Jetzt nach oben Da sind auch wieder Kisten Hier bitte Insel saftig Geh da hin Da ist eine Kiste Geh da hin Vielleicht kriegen wir da jetzt auch das letzte Insekt Das wäre doch mal eine Das wäre doch mal eine dicke Geschichte Okay Stamm Kuschelig Nochmal ein Stamm Nochmal Flauschig Nochmal Wo ist denn der Wo ist denn da der eine Hier der mit den Äh Mit den blauen Ohren Also einen mit dem Pinken Ohren haben wir ja schon Blaue Ohren haben wir jetzt noch Keinen Aber wo ist der War der da oben Ich glaube der war irgendwo da oben Oder Kann dem sein Dem kann sein Du hast Rosane Ohren Du bist falsch Hier oben Hier rum Hier rüber Hier runter Das ist der Stoffel namens Nugget So einen haben wir schon Da ist er Da ist er Du willst spielen Komm her Komm her Da gibt's spielen Jawohl Und dann gibt's Bauchstreicheln Auf geht's Hier schön Bauchstreicheln Und dann gibt's Spielen Hau rein Da haben wir einen Sehr gut Und den den wir gesucht haben Das ist natürlich der hier hinten Genau Du willst Du willst den Baum loslassen Und du willst spielen Hier spiele Zack 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 Sehr schön Und dann willst du spielen Willst du ne Ja Willst du Und dann willst du spielen Okay Hau rein Alle wollen spielen Sehr schön Hier lang Hier rum Hier rüber Hier durch Hier an diesem Baum ran Ja Noch einer Nein Nicht an diesem Baum An diesem hier Haben wir auch nochmal Sehr schön Ähm Ja Bitte einmal Dann haben wir das Da ist nochmal was zum Fischen Wir fischen da auch nochmal eben Eben kurz Schnell Hast du nicht So Hier Zack Schön mittig Ne Und Ja 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 Hier 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 Zieh 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 Haben wir Was gab's Moosgrüne Haarfarbe Ja Schön Ne Rosie Come on Rosie Und Dann haben wir Hier nochmal eine Kiste Die gönnen wir uns auch gleich Das ist großzügig Ah Reich großzügig Ja 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 Sehr schön Da ist die Kiste Bitte einmal ran Ja Da kriegen wir auch nochmal Hier Holzblock und so Voll gut ey Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Was wir noch nicht Was wir noch nicht angepriemelt haben Hier offensichtlich nicht Wie sieht es hier aus Diese Blume Haben wir schon Diese Blume haben wir auch schon Dieses Ja da fliegen die Milben Halt 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 Hier bitte Danke Einmal Zweimal Dreimal Da haben wir auch Alles Okay Hier rum Hier rüber Hier durch Hier lang Ja da haben wir uns mit Noch gar keinem Tierchen Angefreundet Leider Wobei ich dachte Dass wir uns mit diesen Mit diesen Böckchen Schon angefreundet haben So Reingehängt Zieh's raus Zieh raus Jawohl Haben wir Geh mal hin Und Und Ja da Zieht der Fisch Ah ja Zieh nur Zieh nur Zieh nur Zieh nur Zieh nur Jetzt Und 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 Hallo Ist der Ne Haben wir Haben wir erwischt Ne Rasse Gechillt Haben wir Erwischt Was ist eigentlich Da drüben noch Was gibt es eigentlich Bei euch Hier So Was gibt es da Fällt da was runter Da fällt nichts runter Dann können wir auch mal hier Schön mit der Axt In der Drehbewegung Haut ruf Yeah Schön Zack Holz Holz Steine Steine Kleine Kleine Sehr gut Da sind Acht Ihr Ja Mit euch Habe ich ja nicht Ne Da sind die Idefixe Aber So Du gehörst Okay Ich verstehe Ah Eichel Zen Okay Eine Zen Eichel Hm Auch nochmal Eichel Gechillte Eier Gibt es hier nochmal Ganz gechillte Eier Da hinten raus Da hinten raus Gibt es nichts mehr Dann Rosie Oh Rosie Oh Rosie Oh Rosie Und dann Natürlich Hier nach Oben Dahin Oh Gott Da oben geht es ja noch weiter Verdammte Axt Hier hin Mach mal Und ich hoffe Natürlich Dass wir da jetzt Dinge kriegen Wie klebrig Ja Das ist meine Große Hoffnung Ich weiß nicht Ob ich dieses Bild Auf Hier Ja Genau Steam Ob ich das Richtig gelesen habe Aber ich hoffe es Hoffen Kann ich es ja Du möchtest nochmal angesungen werden Das kannst du Natürlich gerne haben Du möchtest Auch angesungen werden Auch das kannst du haben Aber hier ist halt Reichlich Ne Ah hier kam es Lecker mal raus Das ist Aber wir haben auch Mit lecker gebaut Ne Ich verstehe es nicht Hier hin Hier Nimm Gönnen Begrüßungspaket Narrenstein So Hier gießen Danke Hier Aufheben Auch gut Hier gießen Hier gießen Dann beide Ansingen Hau rein Sehr Schön Reichlich Nachgiebig Okay 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 Offensichtlich Sind die Sachen Die wir verbauen Öfter vorhanden Ja Ist jetzt auch Keine Neuigkeit Ne Aber Also für mich schon Irgendwie Hör ich das noch nicht so ganz raus Wie das mit den Welten Funktioniert Hm Wenn ich ehrlich bin Habe ich das noch nicht so ganz raus Ähm Hier Bitte Pflanze Bitte gieße Bitte singe Okay Der sinkt da direkt ein Da gab es nochmal einen Stapel Bücher Ich bin ja auch gespannt Wenn wir mal 30 von diesen Dingern zusammen haben Ja Was wir dann Ähm Machen können An 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 der Bibliothek Beispielsweise Ja Bin ich total Total fasziniert schon So Hier nochmal Ja ja Wir haben es gleich Ich weiß schon Kenne ich schon Den kenne ich schon Alan Bieg Danke Ja Der ist jetzt nichts Neues Äh Halt Stopp Hier Hammer 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 raus Einmal Nochmal Hammer Danke Zweimal Gießen Zweimal singen Hier hinstellen Singen Yeah Okay Hier 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 Einsammeln Hier Kleinklopfen Ach komm Jetzt Jawoll Pflanzen Und dann Gießen Gießen Und dann Singen Sehr schön Und da vorne Bitte auch nochmal Gießen Aber ohne Singen Und dann Haben wir das Da oben Vergessen Naja Aber wir haben es Gefunden ohne Hilfe Nur das ist Wichtig Hier hin Hier So Jo Nach unten Zum Alchemiehaus Schaut euch das an Wie niedlich Die hier rumfliegen Und rumflacken Einer Zwei Mal gucken Ob sich jetzt die Bewegen Ja Ne tun sie nicht Das sind sechs Stück Wir haben zwei Stück gefunden Da oben fliegt noch Einer Dann sind wir Bei drei Wo sind die Restlichen Das ist doch Eigentlich die Große Frage So Was wollte ich Noch Achja Bevor wir jetzt Da ins Alchemiehaus Gehen Jetzt habe ich Habe ich mich Natürlich ein Stück Verflogen Aber das ist nicht Wild Hier unten Nicht Naturschutzgebiet Sondern hier Waldregion Da möchte ich Bitte mal kurz hin Und möchte dann Hier Okay Passe Dreimal 0,9 Passe Dreimal 0,5 Gebäude an Okay Ist in Ordnung Ähm Dekorieren Müssen wir Stadtgröße Müssen wir Machen Durch Schützer Rieße drei Bewohneranfragen Ab Okay Ähm Was willst du Hier Brooklyn Gasthaus Weißt du was Zieh ein Zuweisen Hier Zieh beim Isaiah ein Dann gehen wir Hier hin Wir haben da oben Schon ein Gasthaus Da ist noch gar Kein Angestellter Drinnen Brooklyn Danke Okay Da gab es dann Wieder ein Ticket für Dann können wir Mal hier hin Wir können Dachdekoration Vorne Da haben wir noch So ein Fünf Sterne Teil Marke Verstärkung Gesucht Brauchen wir nicht Dachdekoration Oben haben wir nicht Dachfarbe Regenbogen Sieht Ultra Doof aus Lila Ich weiß Nicht Braun Anthrazit Aubergine Okay Was ist das Warum grüne Verlauf Also So ich würde sagen Wir nehmen Hier Rosa Sockelfarbe Nehmen wir Hier Drama Und Wandfarbe Nehmen wir Nehmen wir Aubergine Da muss ich genau Falsch rum Ist okay Läuft Hier Packen wir so Läuft Machen wir Dachdeko Haben wir noch Nicht Marke Haben wir Eine Verstärkung Gesucht Können wir Reinklatschen Läuft Hierhin Angestellte Haben wir Nicht Der Anthony Ist Ich weiß es Nicht Egal Wir gehen Hier mal Auf Verwalten Der Rio Ist arbeitslos Was möchte der Eigentlich Machen Der Rio Möchte Eine Farm Du Möchtest Auch Eine Farm Du bist Gastwirt Du bist Krämer Du möchtest Auch im Gemischbaren Laden Arbeiten Du bist Arbeitslos Und arbeitest Eigentlich In der Taverne Du bist Auch Krämer Und du Bist Eigentlich Gärtner Du Möchtest Einen Stadtgarten Okay Wir gehen mal Hier auf Bauen Das hier Stadtgarten Ziehen das mal Ein bisschen Raus Stopp Wir haben Einen Stadtgarten Da arbeitet Ja auch Einer So Bitte Der arbeitet Da ja auch Schon Meine Güte Der ist ja Gärtner Im Stadtgarten Der ist Krämer Der ist Arbeitslos Der möchte Aber eine Taverne Bauen Bäckerei Großes Haus Gasthaus Bäckerei Blumenladen Oh hier Tierchencenter Gemischbaren Laden Getreidemühle Teich Ja Farm Fehlt uns Matschig Okay Passt auf Wir gehen mal Hier hin Dann gehen wir Da hin Und dann Gucken wir mal Ob wir irgendwo Maschi finden Ähm Und zwar Machen wir das Nirgendwo Weil wir jetzt Vorher Weil wir jetzt Vorher hier Einlösen Das machen wir Jetzt Zack Es sind auch Zwei Stück Wieder Das gibt Ordentlich Wohlbefinden Das ist schön Raumjob Haben wir auch Warum können wir Den noch nicht Hä Muss ich das Jetzt verstehen Muss ich nicht Oder Nein Muss ich nicht Naja Okay Drei Bewohneranfragen Haben wir hier Gar keine Ne Haben wir hier Überhaupt nicht So Komm mal hier hin Die mal Da kurz Dann hier Da könnten wir Dach Das sieht Hübsch aus Das hätte ich Gerne Sockel Hätte ich Bitte gerne In Ja Das sieht Okay aus Und die Wandfarbe Hätte ich Gerne In Ja Nein Ähm Nein Ja Aber wir haben es Geändert Und nur das Ist wichtig Dann haben wir hier Eine Stufe Das können wir Machen Läuft Sehr schön Was willst du Eigentlich Was bedeutet Dieses Zeichen Über ihren Köpfen Hm Glücksgefühle Fast Food Nein Das wäre ja Produktion Glaube ich Ne Erlaubt ihr Ein Bewohner Umzubenennen Kleine Kreativitäts Verstärkung Große Ernährung Kleine Ernährung Kleine Produktion Kleines Service Mittleres Service Mhm Weißt du was Ne du bist Hey du bist so gut Da drin Du hast da Neun Ja ich glaube Nicht dass wir das Noch irgendwie Pimpen können Hier ihr beiden Kann man eigentlich An dem Gemischwarenladen Irgendwas Großartig machen Glückskiste Marke Oh Dachfarbe Geht doch Okay Oh Gemischwarenladen Gemischwarenladen Was mit dem Gemischwaren Geometrische Ne gefällt mir nicht Prinzesswort Psychedelische Gefällt mir überhaupt nicht Ne Ne Aber Ne Ich glaube da oben Musst du immer irgendwas Einfarbiges nehmen Weil sonst Drehst du irgendwann durch So Dann Wandfarbe Da könnte man ja Hier so mit Sieht man hier irgendwo Da sieht man kaum was von Die nehmen wir Sockelfarbe Okay Da musst du auch Definitiv irgendwas Einfarbiges nehmen Orange Sieht gut aus Nehmen wir Passt Hat einen Läuft Glückskisten Haben wir leider Keine mehr Können wir hier An der Wir können was kaufen Das ist doch schön Schau mal Eisenschlüssel Läuft Das ist ja cool Ne Ja Irgendwie Schon 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 Dicke Hier ist ein Zeich Kann man hier Irgendwas tun Außer Nicht ne Ne No Der ist einfach Nur damit es Hübsch aussieht Okay Okay Dann Rosie Rosie Komm her Dann Verziehen wir uns Hinter ins Alchemistenhaus Und da werden wir Und da werden wir dann Essenzen zusammen Stopfen Aber das machen wir Erst Ach es sind schon Zwei die hier rum Liegen Zwei Drei Okay Drei Einer fliegt Vier Fehlen Da ist auch noch Einer Fünf Mir fehlt der letzte Irgendwie Keine Ahnung Vielleicht ist der auch Einfach weiter oben Oder der ist gerade Jagen Oder was weiß ich was Keine Ahnung Kann man mit Rosie Jetzt wieder hier Irgendwie interagieren Kann man immer Was möchtest du tun Verdammt Hier Dann ist die auch Oder liegen da zwei Ne Da liegt nur einer drin Aha Ja Und wenn man Schaut mal Wie sich der wutzelt Ist das nicht schön Das ist doch schön So Aber Ich wünsche euch Jetzt einen Wunderschönen Was auch immer Ihr gerade habt Wir sehen uns In der nächsten Folge Wieder Vergesst nicht zu bewerten Bis dahin Und ciao